Holiday Check gibt einen grossen Ferientest. Wir checken das alles für Sie. Die Holiday Checker an der portugiesischen Algarve. Wo andere am Strand liegen, suchen die beiden das Adrenalin. Das ist echt etwas für Speed Junkies 15. So, jetzt geht's ab. Und dann wird es delikat. Die Holiday Checker, morgen 18 Uhr in Sat.1. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiß Air, Cornercard, eFollower und TCS.